Wie werden wir in Zukunft leben? Wie werden wir wohnen, wie arbeiten und wie uns fortbewegen? Wie sorgen wir dafür, dass uns der Treibstoff nicht ausgeht? Wir werden Roboter aussehen und wie kommunizieren wir mit ihnen? Werden wir mit neuen Verkehrsmitteln verreisen? Mit umweltschonenden Technologien und schneller als je zuvor? Wie stellen wir medizinische Diagnosen auf? Welche Operationsmethoden nutzen wir? Und mit welchen Mitteln behandeln wir schwere Krankheiten wie Krebs? Voller Leidenschaft für die größten Herausforderungen unserer Gesellschaft sind wir eine der erfolgreichsten Universitäten der Welt. Gekürt als beste TU Deutschlands fördern wir wagemutige Ideen. Aber auch unternehmerisches Gespür. Exzellent in Lehre und Forschung. Interdisziplinär über Fächergrenzen hinweg. International auf höchstem Niveau. Heimatverbunden und offen für Neues. Führen wir in internationalen Universitätsrankings. Wir forschen und studieren in Lebenswissenschaften, genau wie in Lebenskunst. Wir sind eine große Familie aus Preisträgern, Alumni, Studenten und Forscherinnen. Und wir sind auch ein großes Unternehmen, das wirtschaftlich handelt. Mit hohem Anspruch und ehrgeizigen Zielen stellen wir uns dem internationalen Wettbewerb. Und lernen dabei Menschen aus aller Welt kennen. Wer die Welt im Großen verändern will, der muss sie auch im Kleinsten begreifen. Mit all ihren Formen und Farben, Elementen und Lebensbereichen. Eine Aufgabe, die uns jeden Tag aufs Neue zu Höchstleistungen antreibt. Der wir alle verpflichtet sind. Denn seit 150 Jahren erfüllen wir einen wichtigen Auftrag, der Wirtschaft den zündenden Funken der Wissenschaft zu bringen. Und das tun wir auch heute noch. Mit unserer Neugier, unserem Mut, unserer Fantasie und unserem leidenschaftlichen Siegeswillen haben wir die Macht, die Welt und das Leben von uns allen immer besser zu machen. Wir sind die TUM.